Dieses zum Kauf angebotene modernisierte Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Steinburg. Dieses Zwei-Etagen-Haus wurde im Jahr 1953 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie drei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1400 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 120 m². Das Objekt hat einen Kaufpreis von 129.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.